Herzlich Willkommen zu TRANSFERMARK TV. Heute stellt André Matskowiak seine persönliche Traumell vor. Ja, ich bin André Matskowiak und heute stelle ich euch meine Traumell vor. Beginnt natürlich mit mir im Tor. Mit Sebastian Zinke und Stefan Lorenz in der Innenverteidigung. Stefan Lorenz, aktuell Wuppertaler SV. Sebastian Zinke, aktuell Sportfrohne Lotte. Beides für Weggefährten von mir und gerechtfertigen diese Aufstellung. Auf der linken Abseilseite Dennis Bührer. Zusammengespielt mit ihm bei Rot-Weiß-Essen. Spielt jetzt in Balingen. Auf der rechten Abwehrseite Marcel Busch. Mein alter Fahrkollege aus Ahlener Zeiten. Auf der 6 Ali Bilgin. Ebenfalls alter Weggefährte Rot-Weiß-Essen. Der sich im Zentrum mit Ole Burg, aktuell Wehen-Wiesbaden, das Zentrum teilt. Dann auf linksaußen Ferhat Kiskansch. Leider im Moment auch vereinslos. Auf der 10 Mike Wunderlich. Viktoria Köln. Die beiden übrigens ehemalige Weggefährten Rot-Weiß-Essen. Im Sturm Markus Kurt. Aktuell Co-Trainer bei Viktoria Köln. Auch zusammengespielt bei Rot-Weiß-Essen. Und vorne rechts Daniel Brückner. Dribbel stark. Tempo. Ebenfalls zusammengespielt Rot-Weiß-Erfurt. Aktuell SC Paderborn. Ja, das ist meine Traumelf. Ich denke, so können wir ein Spiel gewinnen. Vielen Dank, André Matskowiak. Hallo Timo, hallo Sven. Ja, die Traumelf eines Torhüters, der zuletzt ein bisschen Pech mit seiner Vereinswahl hatte, hat bei Rot-Weiß-Essen gespielt und bei Rot-Weiß-Ahlen. Beide Vereine sind insolvent gegangen. Ja, und jetzt sucht er noch einen Verein. Mit der Mannschaft hätte er durchaus Erfolg, oder? Ja, in der 3. Liga durchaus. Also man sieht und man merkt, dass er ein Rot-Weißer durch und durch ist. Er hat nur Rot-Weißer aufgestellt, von Rot-Weiß-Essen über Rot-Weiß-Ahlen und Rot-Weiß-Erfurt, seine Lieblingsspieler. Herauszuheben ist, denke ich mal, Ali Bilgin, der in der Super League spielt und auch Champions League-Erfahrung hat. Der Rest ist eher gutes Drittliga-Niveau, bis hin teilweise sogar zu Bundesliga-Einsätzen gekommen. Ist durchaus eine Elf, die sehr, sehr persönlich ist, von daher immer mal sehenswert. Keine Weltstars, kein Messi, kein Eto, nix dergleichen, Sven, das muss doch ganz genau dein Ding sein. Richtig, super. Super Elf, finde ich total klasse. Auch mit den Trikots wird es nicht so schwierig, können halt alle Rot-Weiß anziehen, das ist ganz gut. Nein, aber es ist wirklich, da sind teilweise wirklich solide Arbeiter drin. Das sind Leute, mit denen er zusammengekickt hat. Ich meine, Marcel Busch oder Nils Oleboog hat er zuletzt noch in Ahlen gespielt. Die sind auch jetzt wieder in der dritten Liga untergekommen, also die haben es schon drauf. Oder auch ein Markus Kurth, ich meine, der war ein klasse Startraumstürmer, das vergisst man auch schnell mal. Das ist schon nicht so schön. Oder auch ein Daniel Brückner, der spielt bei Paderborn eine richtig gute Rolle da im linken Mittelfeld. Also schon ordentlich. Und ja, das ist durchaus tatsächlich eine Elf, die ist nach meinem Geschmack. Na, das freut uns doch mal. Vielen Dank, Timo, vielen Dank, Sven. Ein herzliches Dankeschön an André Manzkowiak und natürlich auch an die TransfermarktTV-Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.